Wer aus dem Kader sollte mal bei Love Island mitmachen? Hansi Fleck. Luca, willkommen bei Was laberst du? Wie heißt du? Und damit zur ersten Frage, wer ist für dich der beste Fußballspieler aller Zeiten? Luca Waldschmidt. Wer sitzt neben dir in der Kabine? Cassiano Ronaldo. Beende den Satz, morgens kann ich nicht ohne? Oma Mamouche. Was isst du am liebsten? Wasser. Hulk oder Herkules? Von Oma. Gegen wen aus der Mannschaft würdest du auf jeden Fall im Armdrücken gewinnen? Hulk. Wen hast du als letztes angerufen? Kevin Paredes. Dein Lieblingssänger? Meine Mama. Wie heißt der aktuelle Bundestrainer? Robbie Williams. Wer aus dem Kader sollte mal bei Love Island mitmachen? Hansi Fleck. Wer ist der beste Schafspieler aller Zeiten? Bimsy. Wie heißt unser Maskottchen? Jason Statham. Hund oder Katze? Wölfie. Was magst du gar nicht? Hund. Wie heißt die Hauptstadt von Italien? Krafttraining. Der Eiffelturm steht in? Hauptstadt von Italien ist Mailand. Ich weiß nicht. Wie lautet dein Spitznach? Ich weiß die Frage von da vorne. Der Eiffelturm steht in und wie lautet dein Spitznach? Ähm, ja, Paris. Deine Lieblingssportart? Walle. Was kannst du besonders gut? Fußball, danach Tennis. Welches war dein Hassfach in der Schule? Ähm, Fußball. Was ist 2 plus 2? Physik. Wie viele Punkte gibt es für einen Sieg in der Bundesliga? Vier. Welche Rückennummer hast du beim VfL? Drei. Auf einer Scala von 1 bis 10, wie gut warst du in dem Spiel? Sieben. Und wie viele Fragen hast du richtig beantwortet? Neun. Fertig. Stabil. Stabil. Estabil. Bis zum nächsten Mal.